Hallo, mein Name ist Katharina Böhm, Ihre LG Beraterin für Franken. Wir befinden uns heute in Bergtheim in der Nähe von Würzburg in der LG Winterweizen Demo. Ich stelle Ihnen heute die Winterweizensorte LG Initial vor. LG Initial ist eine A-Weizen-Neuzulassung aus dem Zulassungsjahrgang 2018 und war die ertragsstärkste A-Weizensorte dieses Zulassungsjahrgangs. LG Initial wurde vom Bundessortenamt mit der Bestnote 8 in Stufe 1 und 8 in Stufe 2 für A-Weizen im Kornertrag eingestuft. LG LG Initial bringt bei mittlerer Pflanzenlänge eine Top-Standfestigkeit mit sich und zudem ein praxistaugliches Resistenzprofil. Begonnen mit der genetischen Halmbruchresistenz über überdurchschnittliche Resistenzen gegen Blattseptoria und Mehltau bis hin zu einer überdurchschnittlichen Resistenz im Ehrenfusarium haben wir eine rundum gesunde Sorte, die zudem noch in der Resistenz gegen Gelbrost vom Bundessortenamt mit der Bestnote 1 eingestuft wurde. LG Initial ist eine Sorte, die hervorragend in die frühen und mittleren Saattermine hineinpasst und neben hohen Fallzahlen auch eine gute Fallzahlstabilität mit sich bringt. Sie sehen, LG Initial, der zündet. Neugierig geworden? Dann klicken Sie doch rein unter www.lgseeds.de. Ich freue mich auf Sie! Vielen Dank!